Ich lerne Deutsch. Nummer 454 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich lese weiter in meinem Buch. Es ist spannend. Ich brauche keine Gesellschaft. Ich lese weiter in meinem Buch. Es ist spannend. Ich brauche keine Gesellschaft. Ich lese weiter in meinem Buch. Es ist spannend. Ich brauche keine Gesellschaft. Ich muss eine Aluminiumleiste unter der Decke befestigen. Kannst du mir helfen? Ich muss eine Aluminiumleiste unter der Decke befestigen. Kannst du mir helfen? Ich komme gleich mit einer Leiter und helfe dir. Ich komme gleich mit einer Leiter und helfe dir. Du hältst die Aluminiumleiste fest, während ich ein Loch hineinbohre. Du hältst die Aluminiumleiste fest, während ich ein Loch hineinbohre. Ich muss noch ein weiteres Loch bohren. Ich muss noch ein weiteres Loch bohren. Bleib auf der Leiter und schau dir an, wie ich es mache. Wir sind ein eingespieltes Team und fliegen oft zusammen nach Amerika. Wir sind ein eingespieltes Team und fliegen oft zusammen nach Amerika. Ich arbeite seit zehn Jahren als Flugbegleiterin auf internationalen Flügen. Ich arbeite seit zehn Jahren als Flugbegleiterin auf internationalen Flügen. Ich bin mit diesem Flugzeugtyp eine Million Meilen geflogen. Ich bin mit diesem Flugzeugtyp eine Million Meilen geflogen. Heute ist mein letzter Tag bei dieser Fluggesellschaft. Ich habe ein besseres Angebot bekommen. Heute ist mein letzter Tag bei dieser Fluggesellschaft. Ich habe ein besseres Angebot bekommen. Die Flugbegleiterinnen und der Pilot plaudern und lächeln, während sie über das Flugfeld laufen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Mit dem Tandem fallen wir überall sofort auf. Mit dem Tandem fallen wir überall sofort auf. Mit dem Tandem fallen wir überall sofort auf. Schau mal nach draußen. Es schneit. Schau mal nach draußen. Es schneit. Schau mal nach draußen. Es schneit. Schau mal nach draußen. Schau mal nach draußen. Schau mal nach draußen. Schau mal nach draußen. Die Sonnenliege steht verlassen am Strand. Willst du dich hineinsetzen? Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. Steig auf den Scooter und halte dich an mir fest. Wir fahren gemeinsam. Ich nehme eine Ananas-Pizza mit dünnem Boden. Wer von Ihnen bekommt den Salat mit Cherrytomaten? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich nehme eine Ananas-Pizza. Ich nehme eine Ananas-Pizza. Ich nehme eine Ananas-Pizza.